Herzlich willkommen in Ihrem persönlichen Supermarkt der Familie Esch. Wir sind bereits seit über 70 Jahren in der dritten Generation für Sie da. Unsere Stärke ist der persönliche Kontakt zum Kunden durch unsere langjährigen und erfahrenden Mitarbeiter. Ganz wichtig ist uns die Zusammenarbeit zu unseren lokalen Lieferanten. Ganz Nachhaltigkeit und kurze Lieferwege wichtig sind. Vielen Dank, Herr Wunsch. Also das Wochenende beginnt für mich Samstagmorgens um Viertel nach sieben hier an der Käsetheke. Wir haben über 300 Käsesorten aus der ganzen Welt im Sortiment. Davon haben wir viele ursprungsgeschützte Spezialitäten aus Italien, Frankreich und der Schweiz, sowie auch Heumilchkäse aus Österreich. Wir versuchen Menschen mit Käse zu begeistern. Deswegen darf bei uns jede Käsesorte probiert werden. Sehr lecker. Nachdem ich die Baggerwette mit dem Öffnen der Bierflaschen gewonnen habe, wette ich, dass ich heute mindestens 10 Käsesorten mit verbundenen Augen am Geschmack erkenne. Wette denn das? Die Mitarbeiter sind immer sehr freundlich, sehr kompetent und können uns Kunden immer perfekt beraten. Bei echt einkaufen heißt nicht nur einkaufen, sondern hier entdeckt man immer wieder etwas Neues. Hier trifft man eben echte Freunde. Service, frische und nette Mitarbeiter. Dafür steht der Supermarkt ECH in Nettetal. Möchtest du eine Scheibe Schinkenwurst? Guck mal. Bitteschön. Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit unseren regionalen Lieferanten zeichnet uns aus. Im gesamten Team seit vielen Jahren pflegen wir unseren familiären Umgang miteinander. Ich bin ganz stolz und froh, dass ich bei der Firma ECH arbeiten kann. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. ECH, Ihr persönlicher Supermarkt.